In dieser Playlist geht es jetzt nun ein bisschen anders zur Sache. Ich erkläre dir hier für einmal nicht am Piano irgendetwas, sondern ich erkläre dir meine ganz persönliche Meinung, was mich inspiriert, was mich weiterbringt, was mich interessiert von irgendwelchen bekannten Pianisten. Das sind die sogenannten Listening Sessions. Ich lasse da immer wieder einen Track abspielen und werde das live da kommentieren, was da wirklich so spannend ist, was da wirklich die Kunst dahinter ist. Das ist für die meisten ja nicht so sichtbar oder hörbar, sage ich jetzt mal. Und ich denke, das könnte auch interessant für dich sein, dass du wirklich mit deinen Hörgewohnheiten da tiefer eintauchen kannst in die Kunst des Gravierspiels.